...GP-Faktionsvorsitzenden Christian Berliner zu unserer Fraktionsklausel. Ja, meine Damen und Herren, am Wochenende haben wir erschreckende Bilder aus Berlin gesehen. Dieser Reichstag war einem Ansturm von Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen und anderen ausgesetzt, die mit Reichskriegsflaggen das Symbol unserer Demokratie besetzen, das Symbol unserer parlamentarischen Demokratie entweihen wollten. Für uns ist die Reichsflagge Symbol eines kollektivistischen Obrigkeitsstaates und nicht unserer pluralistischen Demokratie. Es ist paradox, dass ausgerechnet jene, die sich auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit berufen wollen, unter dieser Flagge demonstrieren. Wir distanzieren uns von denjenigen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht akzeptieren. Wir wollen die Würde unserer parlamentarischen Demokratie und ihres Sitzes, nämlich des Reichstages, verteidigen. Wir sind für ein Demonstrationsrecht, aber in Corona-Zeiten gibt es keine Entschuldigung für das geradezu vorsätzliche Brechen von Hygiene- und Abstandsregeln. Und auch in Corona-Zeiten müssen wir umso mehr darauf achten, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen. Wir wissen, es gibt in unserer Gesellschaft viele Menschen, die Fragen haben hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit staatlich angeordneter Maßnahmen. Und es gibt sehr viele Menschen, die haben Angst um ihre eigene wirtschaftliche Existenz. Dafür haben wir Verständnis und mit diesen Menschen suchen wir den Dialog. Für die haben wir auch Antworten. Aber jede und jeder, auch diejenigen, die Maßnahmen der Regierung kritisch sehen, sind persönlich angehalten, zu schauen, in welchem Umfeld bewege ich mich. Wer im Umfeld von Reichsflagge, Reichskriegsflagge demonstriert, der muss sich am Ende auch diese Position persönlich zurechnen lassen. Man kann nicht sagen, man sei zufällig in etwas hineingeraten und habe damit gar nichts zu tun. Wir brauchen auch von denjenigen, die von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, die Mündigkeit, sich zu distanzieren von eben den Positionen, mit denen sie nicht zusammengebracht werden möchten. Wir versammeln uns hier heute zu unserer Fraktionsklausurtagung nach der parlamentarischen Sommerpause. In ganz besonderen Zeiten, unter ganz besonderen Bedingungen. Wir tagen im Sitzungssaal der CDU-CSU-Fraktion wieder, um die Abstandsregeln einzuhalten. Im ganzen Haus hier sind Masken erforderlich. Gegenstand unserer Fraktionsklausur ist deshalb auch die gegenwärtige Krise, sowohl in gesundheitlicher, aber vor allen Dingen auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Corona ist eine Gesundheitskrise, von der wir unterdessen aber überzeugt sind, dass sie beherrschbar ist. Corona ist nicht überwunden, aber Corona ist beherrschbar, wenn wir, ich sage dazu gleich noch etwas, uns intelligent und verantwortungsbewusst verhalten. Aus der Gesundheitskrise kann aber auch eine scharfe Wirtschaftskrise werden. Und deshalb ist das Motto unserer Klausurtagung, holen wir das Land aus der Kurzarbeit. Wir wollen mehr als nur raus aus der Krise, sondern wollen die augenblickliche Situation auch nutzen, um unser Land grundlegend zu modernisieren und die Qualität des Standorts Deutschland, seine Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigungschancen, die Chancen auf sozialen Aufstieg, grundlegend aus Anlass dieser Krise für die Zeit nach der Krise zu verbessern. Wir haben die mutmaßlich größte Wirtschaftskrise in der Geschichte unseres Landes. Herr Altmaier feiert weniger drastische Hiobsbotschaften inzwischen schon als Erfolg. Wir wissen nicht, wie nachhaltig tatsächlich die wirtschaftliche Erholung bereits ist. Andere Stimmen, der Chef der Deutschen Bank heute, warnt, dass die Krise länger dauern könnte und sich tiefgreifender entwickeln könnte, als manche denken. Die Große Koalition tut auch in dieser Krise das, was sie in der Vergangenheit getan hat. Sie schüttet Probleme mit viel Steuergeld zu. Wir sehen die Krise nur verwaltet. Wir sehen die Krise aber nicht gestaltet. Es fehlt ein Kompass bei der Krisenbewältigung, sowohl in gesundheitlicher wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Das aktuellste Beispiel ist das vom heutigen Tag. Frau Merkel hatte im Mai von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen und dabei zum Beispiel den Ministerpräsidenten Armin Laschet im Blick gehabt. Nun sagt der Gesundheitsminister Jens Spahn, es sei ein Fehler gewesen, den Einzelhandel überhaupt zu schließen. Wer solche Unsicherheiten schürt, der gefährdet Hunderttausende Jobs. Wir haben schon sehr früh hier im Parlament eine Diskussion über die Krisenstrategie gefordert. Ob nicht Hygiene- und Abstandsregeln im Alltag, ob nicht Desinfektions- und Teststrategien, ob nicht die lückenlose Verfolgung von Infektionsketten mit digitalen Medien, auch im Gesundheitswesen, besser sein als ein flächendeckender Lockdown. Nun bestätigt im Nachhinein, Herr Spahn, wie berechtigt die Frage war. Wir haben absolute Nachsicht, wenn es auch Fehleinschätzungen gab und gibt, aber es muss immer Debatte über die Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen geben. Es gibt keine Öffnungsdiskussionsorgien, sondern nur notwendige Debatten. Herr Spahn sagt nun, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit würde jetzt besser gelingen und hätte auch früher schon anders gestaltet werden können. Diese große Koalition sollte aus den Einlassungen des Fachministers Jens Spahn nun auch Konsequenzen ziehen. Wir brauchen nicht mehr die Sonderregelungen und Sonderkompetenzen für die Regierung. Wir sollten diese Sonderkompetenzen zurück in den parlamentarischen Raum holen. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite hat offensichtlich keinen Bestand mehr. Wir haben dazu schon vor einiger Zeit Initiativen hier im Haus vorgelegt, um in eine dauerhafte Krisenstrategie zu kommen. Wir sehen uns durch die Äußerungen von Herrn Spahn bestätigt. Wir glauben, wir brauchen einen regionalen Ansatz, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Das ist gegenwärtig ja auch bereits die politische Praxis. Man mag das allein der Tatsache entnehmen, dass in Bayern an dem Tag eine Maskenpflicht in den Schulen eingeführt wird, an der sie in nordrhein-westfälischen Schulen ausläuft. Und dahinter steht schlicht die Tatsache, dass in Nordrhein-Westfalen die Inkubationszeit für die Urlaubsrückkehrer beendet ist, während in Bayern die Inkubationszeit beginnt, weil die Ferien dort später zu Ende gegangen sind. Da macht es keinen Sinn, etwas zu synchronisieren, wo es keine Gleichzeitigkeit gibt, weil sich die Ferienzeiträume ja verändern. Wir wünschen uns, dass es insgesamt nun den Wechsel gibt von einer akuten Krisenintervention zu einer dauerhaft intelligenteren Umgangsweise mit dem Virus. Wir werden noch länger mit SARS-CoV-2 zu tun haben. Es wird noch länger dauern, bis wir einen wirksamen Impfstoff haben. Deshalb dürfen wir nicht wieder Gefahr laufen, das öffentliche Leben herunterzufahren. Wir brauchen öffentliches und wirtschaftliches Leben. Und damit das gelingt, brauchen wir intelligentere Strategien als die, die bislang eingesetzt worden sind. Wir werden festhalten müssen an Hygiene und Schutz im Alltag. Aber wo ist die umfassende Teststrategie in Deutschland, um schnell und günstig mit niedriger Schwelle alle Menschen, die viel Publikumskontakt haben, rasch testen zu können? Wo ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens, um unmittelbaren Datenaustausch zu beschleunigen? Es gibt inzwischen Klimatisierungsmöglichkeiten, die Aerosole herausfiltern. Die brauchen wir nicht nur in Schlafthöfen, sondern an vielen Stellen, wo Menschen sich aufhalten, um öffentliches Leben auch unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. Wir möchten gerne eine Debatte führen über intelligente Möglichkeiten des Infektionsschutzes ohne Stillstand des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Große Koalition ist dazu übergegangen, die Schadenbilanz zur Pandemie über die Bundestagswahl hinaus zu vertagen. Kriseninstrumente wie Kurzarbeit sind ein Schmerzmittel, aber diese Schmerzmittel müssen irgendwann wieder abgesetzt werden, sobald es eine Stabilisierung gibt, da sich sonst eine dauerhafte Abhängigkeit einstellen könnte. Wir haben einen anderen Anspruch an die gestalterische Politik. Wir wollen die Krise hinter uns lassen. Wir wollen nicht zum Status zurück, wie wir ihn vor Corona hatten. Wir wollen eine bessere Version unseres Landes ermöglichen. Im Kern geht es um die Frage, soziale Marktwirtschaft oder gelenkte Staatswirtschaft, soziale Marktwirtschaft oder auch digitale Plattformökonomie, denn auch da hat sich ja eine Veränderung in der Wirtschaftsstruktur durch Corona ereignet. Vor dieser Richtungsentscheidung, Marktwirtschaft versus gelenkte Staatswirtschaft, wird unser Land auch im nächsten Jahr stehen und dafür rüstet sich die Fraktion der Freien Demokraten bei dieser Klausur. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kann nicht auf Dauer auf Pump in Gang gehalten werden. Kurzarbeit und Schuldenwirtschaft sind kein Geschäftsmodell für Deutschland. Auch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist ein Spiel mit dem Feuer, denn hier drohen Kettenreaktionen, der Verlust des Vertrauens im Wirtschaftskreislauf und die Gefahr, dass auch gesunde Unternehmen mit in Schwierigkeiten geraten, weil sie mit Geschäftspartnern zu tun hatten, die in Wahrheit zahlungsunfähig waren. Wir haben dazu Gegenvorschläge unterbreitet, die wir in Form von Positionspapieren bei dieser Fraktion beraten, werden wir morgen auch noch einmal vorstellen. Wir haben Gäste bei unserer Klausurtagung. Zum einen den Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Dr. Volker Wissing, um auch mit einem Vertreter unserer Landesregierungen einen wirtschafts- und finanzpolitischen Austausch zu haben. Und per Schalte an unserer Debatte teilnehmen wird der Ministerpräsident der Niederlande, Marc Rütte. Herr Rütte ist ja Teil der vernünftigen Fünf, die im Europäischen Rat auf solide Finanzen und die wirklich wirksame Beseitigung von Strukturdefiziten in Europa gedrungen haben, statt nur neue Umverteilungsinstrumente zu schaffen. Ziel unserer Initiativen ist es, neue Jobs zu schaffen, Unternehmensgründungen zu beschleunigen, neuen Geschäftsmodellen in Deutschland eine Chance zu geben. Deshalb wollen wir die Menschen und die Betriebe entlasten, zum Beispiel indem wir Neueinstellungen und neu geschaffene Ausbildungsplätze vorübergehend von Sozialabgaben befreien. Wir stehen für eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, statt Strohfeuer wie bei der Mehrwertsteuer und dem Ziel, die Angebotsbedingungen zu verbessern, dienen 55 konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau. Das ist Politik, die kein Geld kostet, Wirtschaftsförderung ohne einen Euro Steuergeld, denn überbordende Bürokratie kostet viel Zeit, kostet auch viel finanziellen Aufwand und im Übrigen belastet Bürokratie auch die öffentliche Verwaltung selbst. Wir wollen auch die Digitalisierung im Gesundheits- und im Bildungssystem voranbringen. Dazu haben wir den Vorschlag gemacht, nicht nur einen Digitalpakt 2.0 für das Bildungswesen zu beschließen, sondern auch einen Digitalpakt für die Gesundheit, zum Beispiel um mehr Menschen per Smartphone darüber zu informieren, dass sie Corona-gefährdet sind. Wir brauchen ein gerechtes Steuer- und Finanzsystem, um die arbeitende Mitte zu entlasten. Das ist eine ganz tagesaktuelle Frage. Gerade wird im öffentlichen Bereich über neue Tarifabschlüsse verhandelt. Und unter der Wirkung der jetzigen Lohnsteuer muss man sich nur mal ansehen, wenn Verdi ihre Tarifabschlüsse erzielt, was dann netto von der Gehaltserhöhung übrig bleibt für die Pflegerin oder für die Erzieherin, über die wir gesprochen haben in den letzten Monaten, weil sie sich auch in der Pandemie in ihren wichtigen Jobs bewährt haben. Ich will noch zwei weitere Punkte ansprechen. Ich bin froh, dass es endlich die Bereitschaft, auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 die Grünen gibt, den Weg freizumachen für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ich hätte mir früher ein Einlenken der Grünen gewünscht. Offensichtlich gab es bei den Grünen parteitaktische Überlegungen, die mit der Person des Kanzlerkandidaten der SPD zusammenhängen. Macht- und koalitionspolitische Überlegungen dürfen aber nicht die Aufklärung in einem der größten Finanzskandale der Bundesrepublik Deutschland bremsen. Es geht da um die Interessen von Anlegerinnen und Anlegern, vielen Millionen Menschen, die auch über den Weg einer Altersvorsorge mittelbar bei Wirecard beteiligt waren. Es geht um die Reputation des Finanzplatzes Deutschland und das Vertrauen in die marktwirtschaftliche Ordnung insgesamt. Jeden Tag kommen hier neue Absurditäten ans Licht. Zuletzt die Frage des Eigenhandels von Beschäftigten. Das ist bei der EZB strengstens geregelt. Bei der BaFin wurde offensichtlich gezockt mit einem Unternehmen, über das es schon Presseberichterstattung und Wistelblower-Fälle gab. Das ist aufklärungsbedürftig. Herr Scholz trägt die politische Verantwortung für die BaFin und damit auch die politische Verantwortung für Wirecard. Es ist nicht möglich, das auszusitzen. Man kann auch nicht auf Dauer nur auf Staatssekretäre verweisen. Die unterliegen ja seiner unmittelbaren Weisung. Uns geht es nicht darum, den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zu beschädigen. Aber umgekehrt kann Herr Scholz als Kanzlerkandidat auch keine Schonung erwarten, wenn es darum geht, einen solchen Finanzskandal aufzuklären. Die BaFin hat Wirecard nicht ordentlich überwacht und kontrolliert. Dafür haben die Beschäftigten ordentlich mit Wirecard-Aktien gehandelt. Das ist für uns der Anlass, über einen solchen Untersuchungsausschuss auch zu sprechen, wie Banken und Finanzaufsicht zukünftig insgesamt aussehen kann. Was müssen wir tun, dass wir eine international ernstzunehmende Banken- und Finanzaufsicht bekommen? Die muss die großen systemischen Risiken in den Blick nehmen, aber nicht ärgerliche Alltagsbürokratie für den Finanzanlagevermittler aus Wermelskirchen beschließen. Das ist nicht ihre Aufgabe bei den großen systemischen Risiken. Da muss sie handlungsfähig sein durch mehr internationalen Austausch, hinreichend viel auch qualifiziertes Personal und auch gegebenenfalls neue rechtliche Zugriffsmöglichkeiten auf Unternehmen. Und ich will schließen damit, dass wir wahrgenommen haben, dass es gestern eine neue Akzentsetzung in der deutschen China-Politik gegeben hat oder ich sage besser gegeben haben könnte. Ich benutze noch den Konjunktiv. Der Außenminister Heiko Maas hat klare Worte gefunden zu dem Vertrauensbruch der Verletzung von Menschenrechten, die von der Volksrepublik China schon längere Zeit ausgehen. Für uns, die wir uns in Deutschland einsetzen, für die Freiheit, ist es selbstverständlich, dass wir uns auch für Menschenrechte und Völkerrecht in der Welt einsetzen. Und nicht nur in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, in Belarus ist das erforderlich, sondern eben auch mit Blick auf das, was in der Volksrepublik China passiert, in Taiwan und in Hongkong. Gestern gab es dazu einmal klare Worte von Herrn Maas. Wir begrüßen das. Wir erwarten, dass den klaren Worten von Herrn Maas jetzt aber auch klare Entscheidungen und Taten der Bundesregierung folgen. Diese Bundesregierung seit 2005 war mit Blick auf die Volksrepublik China über lange Zeit, im Grunde bis zum gestrigen Tag, äußerst samtpfötig. Jetzt sagen chinesische Offizielle, wer sich zum Beispiel für das Prinzip Ein Land, zwei Systeme einsetzt, der müsse dafür einen Preis zahlen, so unlängst geschehen, als europäische Politiker in Taiwan zu Gast waren. Dazu muss Deutschland eine klare Haltung haben. Wenn die Chinesen sagen, der Einsatz für internationales Recht, Zusagen, Menschen- und Bürgerrechte fordere einen Preis, dann müssen wir diesen Preis zahlen. Wir werden nur ernst genommen mit unseren liberalen, jetzt im Sinne westlichen Werten, nicht parteipolitischen Sinne, wir werden nur mit unseren liberalen Verfassungswerten und den europäischen Werten ernst genommen, wenn nicht der Eindruck entsteht in Peking, im Zweifel lassen die Europäer und die Deutschen sich das aber durch gute Geschäfte abkaufen. Das ist nicht eine Form von Wandel durch Annäherung, wie wir sie uns wünschen. Wandel durch Annäherung bedeutete das, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit das Gegenüber, das eben demokratische Werte, Rechtsstaat und Marktwirtschaft nicht geschätzt hat, die eigenen Werte infrage stellt. Wandel durch Annäherung kann nicht bedeuten, dass wir die chinesische Indifferenz beziehungsweise die Unterordnung von Menschenrechten unter Geschäften, dass wir das bei uns beginnen zu akzeptieren, weil wir im Welthandel einen guten Schnitt machen wollen. Und deshalb ist es richtig, was Herr Maas gestern gesagt hat. Dem muss aber eine neue China-Strategie der Europäischen Union und Deutschlands insgesamt folgen, weil sonst scheint das nur eine Einzelaussage eines SPD-Kabinettsmitglieds gewesen zu sein und nicht die Haltung der Bundesregierung insgesamt. Wir warten darauf, wie die Inhaberin der Richtlinienkompetenz diese Frage bei nächster Gelegenheit für sich einordnet. Soviel von meiner Seite vorab zu dem, was wir während der Klausur der Fraktion der Freien Demokraten besprechen wollen. Herr Lindner. Gibt es Fragen? Herr Lindner, ich hätte gerne gewusst, ob Sie ein bisschen mehr noch sagen können, woraus das mehr steht als bei dem Raus aus der Krise. Ich vermuse, die 55 Vorschläge zum Bürokratie-Abbau, die schlummerten auch vorher schon in FDP-Schubladen und sicherlich auch andere auf marktwirtschaftliche Komponenten setzende politische Vorschläge. Was hat Corona verändert, wo Sie jetzt sagen würden, da gibt es einen zusätzlichen Impuls? Also der Strukturwandel, der unvermeidbar ist durch Klima und durch Digitalisierung, der wird auch gegenwärtig nur gebremst. Wir müssen ihn beschleunigen, damit neue Beschäftigung und neuer Wohlstand entsteht. Defizite bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens und des Bildungssystems sind offensichtlich geworden. Wir erleben eine Auseinandersetzung zwischen anderen Formen als unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung, nämlich der gelenkten Staatswirtschaft, wo mal eben ein Unternehmen wie CureVac verstaatlicht wird und auf der anderen Seite die enorme Machtausdehnung von Giganten wie Amazon. Das erfordert doch eine klare Richtungsentscheidung für unser Land. Wollen wir weiter eine freiheitliche Wirtschaftsordnung mit fairem Wettbewerb haben? Setzen wir darauf, dass Wohlstand entsteht durch Spitzentechnologie im Markt? Oder sichern wir Wohlstand auf Zeit durch Schulden? Das heißt, viele Richtungsentscheidungen für unser Land sind durch die Corona-Krise dringlich geworden. Und uns geht es nicht darum, jetzt nur mit öffentlicher Schuldenaufnahme die Schäden durch die Corona-Pandemie in der Wirtschaft zu verdecken und zu vertagen bis nach der Bundestagswahl. Wir wollen nicht, dass alles wieder so wird, wie es vor Corona war, sondern wir wollen die Krise nutzen, damit Deutschland nach der Krise in vielen wesentlichen Fragen besser dasteht als zuvor. Manche der Positionen und Projekte, die wir jetzt vorschlagen, die waren vor Corona zweifelsohne schon richtig. Aber nach Corona, beziehungsweise während Corona, sind sie umso dringlicher in der Bedeutung geworden und dürfen deshalb nicht länger darauf warten. Also, ich nehme mir jetzt mal ein Beispiel, eben Digital-Pakt-Bildung. Wenn man das, was seit Jahren im Bereich der Fachpolitik diskutiert wird, was aber nicht kommt, wenn man das schon umgesetzt hätte, dann wäre das Homeschooling während Corona sicherlich anders abgelaufen, als es jetzt an vielen Stellen bedauerlicherweise nur unzureichend möglich war. Ja, wir kennen uns noch nicht. Sie sind Frau... Hallo, ich grüße Sie. Neben der Kommune beschäftigt Frankreich und die Charlie Hebdo-Prozessor. Und Präsident Macron hat ja das Recht auf, dass wir, also wir sind so verteilt, wie sieht das, das stimmt ja so ein. Und was darf Satire, wo sind die Grenzen? Satire darf nicht alles. Auch da gibt es Grenzen. Aber Kunst darf sehr viel. Und Meinungsfreiheit ist sehr breit aufzufassen. Natürlich gibt es Grenzen des Geschmacks. Und ich bin auch dagegen, dass man bewusst verletzend argumentiert. Aber letztlich ist die Spannbreite sehr groß. Und letztlich muss man auch ertragen, wenn es Menschen gibt, die zum Beispiel religionskritische Äußerungen machen. Das gehört zum Spannungsfeld eben unserer Demokratie. Auch über den Papst darf man Witze machen. Im Zweifel. Und deshalb ist es richtig, dass auch die Meinungsfreiheit von Satirikern geschützt wird. Im Zweifel ist es ein Anlass für Gegenkritik, aber darf niemals zu Gewalt führen oder gar Terrorismus legitimieren. Vielen Dank.